Eddie, der Rabauke, wem hast du jetzt schon wieder mit ewig zu Gange, da? Der Willi liegt auf dem Rücken und zeigt, dass er ein Rüde ist. Und jetzt knabbert an meinem Schuh der Anton, Anton knabbert an meinem Schuh. Eddie, du bist sowas von frech. Ich bin bei Esther Deppe-Becker in der Robby-Schwimmschule in Uxte-Rude. Moin Esther. Moin Georgie. Wir haben hier wie viele Grad in der Luft? 30 Grad in der Luft und 32 Grad im Wasser. Und du bringst Menschen hier schwimmen bei? Ja, also wir fangen ja mit dem sechs Wochen alten Baby an und die älteste Teilnehmerin bei uns ist 86. Konnte die vorher noch nicht schwimmen? Oftmals liegt es einfach daran, dass OPs anstehen, wie gerade Hüften oder Knie. Und da ist es sehr oft, dass die Ärzte dazu raten, den Menschen schwimmen zu gehen. Und wir hatten neulich eine Dame, die hat auf der AIDA angefangen zu arbeiten. Und wir haben ein Seepädchen und die hat dann mit 36... Jetzt habe ich die Ewe erstmal gerettet. Gehst du schon wieder zu dem, Eddie? Dir gefällt das wohl, oder? Wenn du hierherrischen Musik hast, brauchst du ein spezielles Radio, weil es ist hier sehr feucht. Ja, das ist tatsächlich der Teil. Also alles, was ich bis jetzt hier so mal hingestellt habe, verrostet mir, weil es die Feuchtigkeit und auch die Wärme nicht abkappt. Dann viel Spaß bei der Arbeit. Hier ist Daffi, dein gute Launeradio. Absolut rostfrei, gestiftet von Technisat. Bitteschön. Danke, Schorsi, und danke Technisat. Sehr gerne. Du hast ja noch einen Tipp. Ja, wir raten dazu, möglichst früh mit den Babys, äh, mit dem Schwimmen anzufangen. Generell macht es schon Sinn, ab der sechsten Lebenswoche. Dann können sie ihr Köpfchen ein bisschen halten. Umso leichter fällt es später auch, das Schwimmen zu lernen. Danke dir, Esther. Ich danke euch. Der Eddie schon wieder. Der Eddie Rocker. Rocker Eddie. Hallo Rocker Eddie. Was machst du da schon wieder? Oder brauchst du nur ein Kopfkissen? Jetzt ist alles müde. Na gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.